Willkommen bei der Review des AWOL Vision LTV 3500 Pro. Dieser Ultra-Kurz-Distanz-Leseprojektor verspricht ein ultra-helles 4KL-HDR-Heimkino-Erlebnis der Extraklasse auf bis zu 150 Zoll Diagonale mit 3500 NSI-Lungen, dreifachem Lasersystem und smarter Anbindung, will er die Herzen von Heimkino-Fans höher schlagen lassen, ob das Flaggschiff-Modell die enormen Erwartungen erfüllen kann. Klären wir heute, schon beim Auspacken beeindruckt der LTV 3500 Pro durch sein massives Metallgehäuse und die enorme Verarbeitungsqualität, die Besonderheit ist das integrierte Dreifach-Lasesystem mit 3500 Lumen Helligkeit, das ein atemberaubend kontrastreiches 4K-HDR-Bild auf bis zu 150 Zoll große Leinwände projiziert. Dabei unterstützt der Beame alle wichtigen HDR-Formate, wie HDR10 Plus und Dolby Vision für Bilder von unvergleichlicher Farbbrillanz. Die umfangreiche Konnektivität mit HDMI 2, 1 USB und Netzwerkanschluss macht viele Anwendungen möglich. Besonders praktisch ist die Smart Home-Integration, wie etwa mit Kontroll-Wir. So lässt sich der Beame per App oder Sprachbefehl steuern und ideal in moderne Heimkinoanlagen integrieren. Im Praxistest überzeugte LTV 3500 Pro auf ganzer Linie. Das Bild wirkt auf unsere 120 Zoll LR-Leinwand schlicht großartig. Dank der enormen Helligkeit von 3500 Lumen ist es selbst bei Tageslicht kontraststark und detailreich durch den riesigen Farbraum entstehen unglaublich kräftige, natürliche Farben, die das Bild nahezu dreidimensional erscheinen lassen. Dank Support für 3D, Dolby Atmos und DTS Virtual ist auch der Ton ein echtes Heimkinoerlebnis. Die integrierten 2.1 Lautsprecher liefern für einen Beame überraschend träumlichen und bassigen Sound. Noch besser klingt es natürlich an einer separaten Kinoanlage angeschlossen. Dank umfangreicher Bildoptimierungsmöglichkeiten und der automatischen Trapezkorrektur lässt sich der Beame schnell und einfach einrichten. Nur der Wechsel zu Dolby Vision Inhalten kann etwas Geduld erfordern. Der AWOL Vision LTV 3500 Pro ist ein absolutes Heimkino-Highlight mit ultraheller Triple-Lase-Helligkeit, kontraststarkem 4K-HDR-Bild und umfassenden Smart Features lässt er keine Wünsche offen. Dank kompaktem Ultra-Kurzdistanz-Design ist er zudem platzsparend und leicht zu installieren. Für Heimkino-Fans, die das Beste wollen, auf jeden Fall eine empfehlenswerte Investition.